Hier entlang, Miss Eliza. Ich muss doch bitten. Uh, jetzt muss ich George sagen, dass er das sauber machen soll. George, mach das sauber! Oh, das tut mir leid. Ich bin aufgeregt, weil ich gleich einschlagen werde. Man nennt mich nicht umsonst Kanonenkugel. Bonsoir, Alessuzam. Ich bin der mysteriöse Rennfahrer, Jay. Bin ich nicht unfassbar hübsch? Hm? Na los, JP. Das Schicksal unseres Sommers hängt von dir ab. Er weiß das. Wir wissen alle sehr genau, was von dieser Situation abhängt. Rennfahrer, auf die Plätze. Brum, brum. Fertig. Los! Rennfahrer Jay lag in Führung, aber die anderen Kinder wussten nicht, dass Rennfahrer Jay in Wirklichkeit Jason war. Das geht, Jason. Hey, ich bin nicht sich. Wir sehen uns im Ziel, Jason. Du machst das super, JP, aber guck nach vorn. Miss Eliza, es scheint, als würde ein Müllhaufen uns gleich überholen. Ich kümmere mich darum. Mein Tee ist sowieso kalt geworden. JP, schnell, aktiviere die Abwehrschirme. Der rote Knopf. Ja! Puh, komm schon, JP. Ich will an diesen Pool. Mama will nicht mehr mit Mortimer in die Vogelwanne. Okay, wenn du tust, was ich dir sage, schaffen wir das. Jetzt nach links. Okay. Pass auf, du Krümelbombe. Klasse. Warte, was ist das? Ein Stein? Fahr sofort den Steinflug aus. Kann ich nicht einfach drum herumfahren? Am Radkobel. Welches Rad denn? Links. Jetzt ist alles in meinem Mund. Er wird langsamer. Du brauchst den Turboantrieb. Aktiviere den Ventilator. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich sehe kaum was. Doch, JP, der hilft. Na schön, ich versuch's. JP, JP, geht's dir gut? Ja, ich glaube schon. Tut mir leid, Leute. Das ist alles nur so unglaublich viel mit den ganzen Ansagen und dem technischen Zeug. Hey, ist in Ordnung. Ich helf dir da durch. Zuerst will ich das durch... Warte, Craig, sag jetzt mal nichts. Hä? JP ist ein toller Fahrer, weil er seinen Instinkten folgt. Aber das kann er nur, wenn wir ihm vertrauen. Er muss seine Flügel ausbreiten und fliegen. Und was mach ich als nächstes? Das weißt du. Was? Du hast mir vertraut, das beste Auto zu bauen. Und das hab ich. Und es ist großartig. Aber jetzt bin ich an der Reihe dir zu vertrauen. Sei einfach, JP. Und improvisiere. Ein Fahrer Jay würde gewinnen. Und alle würden ihn respektieren. Und dann würde er allen sagen, die neuen Jason respektieren. Mortimer sagt, er holt auf. Es stimmt. Aber vor ihm sind noch Eliza und Kanonenkugeln. Das ist stark. Wow! Oh!